Ich bin ja ein Kind der 90er. Ja, wie viele hier im Saal, genau. In meinem Jugendzimmer hingen früher Poster von World's Apart, Backstreet Boys, da hat man brav noch seinen Tamagotchi gefüttert und die Musik, die kam auch noch aus dem Discman. Und mein lieber Kollege und Produzent, der gemeinsam mit mir mein Weihnachtsalbum in den Londoner Abbey Road Studios aufgenommen hat, ist in den 90er Jahren musikalisch auch so richtig durchgestartet. Denn er hat mit seiner Gruppe U96 den Mega-Hit Das Boot abgeliefert und gerade jetzt hat er die 90er Jahre Hits wieder aufleben lassen und mit großem Orchester aufgenommen. Und heute Abend freue ich mich total auf eine Zeitreise in die 90er Jahre und zwar mit unseren Kölner Symphonikern und dem zweifachen Echo-Gewinner, Produzent und DJ Alex Christensen. Viel Spaß. Maybe one day we'll be united And our love won't be divided Maybe one day we'll be united Maybe one day we'll be united And our love won't be divided Maybe one day we'll be united Maybe one day we'll be united And our love won't be divided Maybe one day we'll be united And our love won't be divided Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020